Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Vlog, meine Damen und Herren, ich vlog mal wieder. Es ist ein wunderschöner Tag, ihr seht schon, die Sonne scheint, da ist Chris. Hallo. Hi. Warum machst du das immer? Hi. Und da heute so wunderschönes Wetter ist, meine lieben Damen und Herren, ihr seht schon, da ist wunderschönes Wetter. Hier liegt ein Kissen am Fenster, ich weiß nicht warum. Oh, da ist mein Taschentuch. Auf jeden Fall wird die Rasselbande Jule, Chris und Luca nun erstmal zum Strand laufen. Ne, wir müssen erstmal noch was essen. Yo, was esse ich eigentlich? Kartoffelsalat mit Speck, klar. Johannes. Pure genommen. Wir sind am Strand angekommen. Hey, Strand, schaut mal an. Oh, na, egal. Leute, ich schwöre, schaut euch das an. Das ist so schön, einfach so, weißer Sand, blaues Meer, rote Birneweg, Sonnenbrand, Ölili. Ist das ein Film? Ne, das ist ein Foto. Okay. Wir spielen jetzt eine Runde Volleyball. Wow. Wir spielen jetzt ein Film. Wir spielen jetzt eine Runde. Reliㅎㅎ. Können wir da new Twitter rauchen? Das kam er so. Wir spielen gleichtiere тут? Wir spielen jetzt ein Film. Wir haben das ein Film. Wir wisenait summar. Wir spielen mich auf Geräusche. Wir spielen nå, Leute gibt es nicht. Wir spielen jetzt ein Film. Wir spielen, irgendwie wo glossau 축? Wir spielen jetzt ein Film. Wir spielen jetzt ein Film. Was ich vorhin noch sagen wollte, wir suchen uns lustige Jodel raus. Das ist so eine App wie Nein-Gag. Wir haben unsere Studenten irgendwie lustige Sprüche hochladen und da suchen wir uns ein paar lustige raus. Und darauf reagieren wir gleich, aber jetzt gehen wir erst mal was essen. Ich hab so einen kranken Sonnenbrand. Leute, kennt ihr noch dieses Getränk aus der Kindheit? Kennt ihr das überhaupt? Jule kanntet es einfach nicht, aber Durstlöscher. Das ist so kein Placement. Pure Gönnung mal wieder. Zurück zu Hause angekommen, wir haben geduscht. Ach du Scheiße, da hab ich einen heftigen Sonnenbrand. Und meine Augen sind auch mal so heftig rot, wenn ich im Salzwasser war. But who cares? Ich bin gesund. Nur mein Kopf brennt halt wie Scheiße. Seit wann brennt Scheiße? Ist aber auch egal, Freunde, denn ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Ich zeige euch heute bzw. reagiere heute auf komplett bescheuerte Jodel, Sprüche, Bilder, Storys, Witze etc. Jule hier hinten hat mir nämlich welche rausgesucht, die ich noch nicht gesehen habe. Und die werde ich mir jetzt zusammen mit euch zum ersten Mal anschauen. So, let's get it. 4 Stunden Schlaf am Tag reichen mir eigentlich, aber nachts brauche ich mindestens das Doppelte. Das ist so ein richtiges Jule-Jodel-Spruchding. Meine Mutter hat mich panisch angerufen, dass ich sofort nach Hause kommen müsse. Ich fahre eine Stunde nach Hause. Und was ist da? Sie zeigt mir einen Gutschein fürs Spülmaschine ausräumen, den ich vor 15 Jahren geschenkt habe. Ich habe, Funfact, meiner Mutter hat früher immer Massage-Gutscheine geschenkt, weil ich nie Bock auf Spülmaschinen-Krams hatte. Rieche ich nach Gras? Ne, und ich auch nicht. Zwei Typen in der Bahn, die nach Gras riechen. Auto kaputt. Kind, 5 Jahre alt. Warum kaufst du dir kein neues? Ich, die Erzieherin, das kostet viel Geld, das habe ich nicht. Dann antwortet das Kind, dann solltest du mal arbeiten gehen und nicht immer nur in die Kita. Jule liegt da hinten und schmunzelt so die ganze Zeit. Es tut mir übrigens echt leid, dass ich hier aussehe wie so eine Tomate, aber ich bin einfach eine Tomate. Und Tomaten sind lecker, also no hate. Ich habe gerade bei Instagram ein Selfie gepostet und jetzt habe ich vier Follower weniger. Okay, Leute, die Botschaft ist angekommen. An der Stelle, Shoutout Carola, schöne Grüße an dich, ich glaube, der war von dir. Raussteigt mit zwei Meter Gardinenstange in den Bus. Manni, ist das jetzt ein neuer verrückter Trend, dass man sich seine eigene Stange hat? Die Stange zum Festhalten mitbringt. Kenne ich nicht, weil ich wirklich nie Bus fahre. Real Talk, es gibt entweder die Leute, die mal Bus fahren oder die Leute, die mal Bahn fahren. Und ich war immer der, der eigentlich immer Bahn gefahren ist. Auch in Köln so, wir haben ja so ein S- und U-Bahn-System, was eigentlich echt recht gut ist, wo du wirklich alle zwei Minuten irgendwo hältst, aber ich bin nie Bus gefahren. Weil da hast du immer Stau. Seid ihr eher Bus oder Bahn? Schreibt's in den Kommentaren. Wenn Oma dir Geld einsteckt, als wenn es Koks wäre, nicht alles auf einmal und behaltest du dich, wenn du mehr brauchst, sag Bescheid. Es ist wirklich jedes Mal so. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wenn eine Frau sagte, riecht mal, dann riecht es meistens gut. Mädels auf Festivals. Ja, das stimmt wirklich. Warum gibt es eigentlich so viele Zahnpasta-Emojis? Hä? Da musstest du an dich denken. Da musstest du an mich denken, das ist ja sehr lustig. Mutter mit Kind bezahlt den Sprit. Die Kassiererin gibt dem kleinen Mädchen einen Lolli. Die Mutter sagt, und hast du nicht vergessen, was zu sagen? Das Mädchen stimmt. Noch einen Lolli für meinen Bruder, bitte. Wird meine Schwester nie für mich tun. Habe gestern einen kleinen Freund, Grundschüler, erste Klasse, spaßeshalber gefragt, warum er, wie ich, keine Freundin hat. Es liegt nicht an uns, der Markt ist schlecht. Hä? Ich, äh, bin in einer Beziehung. Habe am Samstag ein Mädchen kennengelernt. Sie meinte, sie ruft mich direkt nach der Arbeit an. Die arme Arbeit hat jetzt schon 72 Stunden. Ja, ein Herz für die Frau aus... Keine Ahnung, aber ein Herz für dich. Wenn ein eineiiger Zwilling eine Schönheitsoperation machen lässt, fällt es schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Der Grund, warum die Mannschaft verloren hat. Laut Werbung frühstücken die Spieler Nutella. Und Nutella hat seit der letzten WM die Rezeptur geändert. Es ist aber wirklich so. Also ich finde es echt komisch, dass eigentlich eine Sportgruppe Werbung für Nutella macht. Dieser Moment, wenn die Kassiererin bei Penny die Toblerone vom Laufband nimmt und in die Schiene für die Trennschilder feuert. Ey, sieht aber echt genau so aus. Lifehack, mit der Freundin Streit anfangen, um auf dem Sofa im Keller schlafen zu können. Ich habe dich auch letztens verlassen und bin nach unten gegangen zum Schlafen. Mit der Familie Billiardspielen gewesen. Kleiner Bruder, was wollt ihr trinken? Ich, ein Bier. Freundin, Dito. Fünf Minuten später, Bruder. Hier, dein Bier. Dito, haben sie nicht. Ey, das sind so richtig Kleinkinder, die dann solche Sachen nicht verstehen. Ich habe auch beige früher immer wirklich B-E-S-C-H geschrieben. Und früher heißt bis vor zwei Jahren circa. Ich winke manchmal Leuten aus dem fahrenden Auto zu, damit die sich freuen oder den ganzen Tag fragen, wer war das? Das könnte auch richtig Jule sein. Aber Jule guckt die Leute immer verrückt oder böse an. Und Jule meint dann, dass es bei ihr Adrenalin auslöst, weil wenn man dann im Stau Leute böse anguckt und die dann nochmal an einem vorbeifahren, dann, ne, und ich werde dann immer beim Reißverschlussverfahren nicht reingelassen, weil Jule die Leute böse angeschaut hat. Gestern ein Doppeldate mit meinem Kollegen und seiner neuen ersten Freundin gehabt. Seine Freundin, ich nehme die halbe Portion, ich muss ein bisschen abnehmen. Kollege, höchstens drei Kilo. Oh, das ist aber böse. Das solltest du nicht sagen. Allerdings war das noch der letzte Jodel. Jule hat hier 18, 19 Stück rausgesucht. Wenn ihr die Leute, die Jodel lustig fandet, dann lasst ein Like da. Falls ihr die nicht lustig fandet, dann schreibt in die Kommentare, was ihr überhaupt lustig findet. Findet ihr überhaupt was lustig oder habt ihr gar nichts zu lachen im Leben? Spaß, Freunde. Es ist tatsächlich gerade 21.30 Uhr und wir müssen schauen, ob wir auf dieser Drecksinsel jetzt noch irgendwo was zu essen bekommen. Denn alle Restaurants stießen irgendwie um neun. Beziehungsweise die Küche macht dazu. Warum hängen ja eigentlich Affen in der Luft? WTF, Mama. Ich hab mich auch bei meiner Mutter letztens gefragt. Alter, ich komm hier hoch und ich sehe dieses Buch. Sag beim Abschied leise Blödmann. Mama, warum liest du sowas? Und warum sagt man beim Abschied Blödmann? Alex, gib mir jetzt mal was essen, weil ich hab so Hunger. Jule, das machst du sehr, sehr gut. Jule und ich sind so übelzüchtig nach diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es soll jetzt auch keine Wärmung dafür sein, aber ich liebe so ne Art von Spielen. Simpel gemacht, aber... Wie? Tapas essen mit Julechen. Bupi. Wir haben hier Aioli-Dippe. Wir werden gleich alle stinken wie Scheiße. Leute, wir haben uns viel zu viel zu essen bestellt. Wir haben noch Nachos, wir haben noch Tortilla, wir haben noch Kartoffelecken. Hier unten stehen noch Rosmarinkartoffeln. Wie sollen wir das alles schaffen? Wir sind wieder zu Hause angekommen vom Abendessen, meine Damen und Herren. Wir haben uns viel zu viel bestellt, aber wir haben es halt einpacken lassen und jetzt haben wir noch ne Menge Rosmarinkartoffeln und Kartoffelecken da rumliegen. Auf jeden Fall wollte ich noch zwei Sachen ganz kurz sagen eben. Und zwar erstens tut es mir leid, dass der letzte Vlog gestern kam und nicht vorgestern, aber ich hab's zeitlich nicht geschafft und jetzt sind wir wieder im Zweitagesrhythmus drin. Die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, Freunde, als wir jetzt gerade wiedergekommen sind, hab ich halt ein Video gemacht hier vor der Haustür, wo ich das Video geteilt habe, was ihr gestern gesehen habt. Also wie Jule zum ersten Mal Minecraft gespielt hat. Da ist ein Zombie, Jule. Da kommt ein Zombie-Schlag. Sehr gut, Jule, sehr gut. Und nochmal. Und bam. Nein, Jule, schneller, du musst die ganze Zeit drücken. Genau, wie bei Fortnite. Die ganze Zeit schneller, Jule, schneller, schneller, der bringt dich um. Auf jeden Fall hab ich in meiner Instagram-Story dann ein Video gepostet, wie ich halt das Video promoten wollte und folgt mir erst mal auf Instagram. Instagram.com slash laserluka Ich will gar nicht lange drum rum labern, Freunde. Schaut euch einfach mal dieses Video an und sagt mir, ob ihr dabei irgendetwas Verdächtiges findet und entdeckt. Auf meinem Kanal ist ein neues Video online. Ich hab's bisher vergessen zu teilen und es ist mir gerade zu hell, mich selbst zu filmen. Aber im nächsten Video könnt ihr... Habt ihr was gesehen? Und es ist mir gerade zu hell, mich selbst zu filmen. Aber im nächsten... Da ist eine fucking Spinne an mir hochgeklettert während des Videos. Achtet mal hier, Freunde, da kommt einfach jetzt so eine Spinne an und krabbelt an meinem T-Shirt hoch. Was? Guckt euch das an. Da, mir ist das da aufgefallen. Da ist so eine Spinne hochgekramt. Dann hab ich das noch in die Story gepackt. Hä? Sorry an alle, die Angst vor Spinnen haben. Das waren auf jeden Fall die beiden Sachen, die ich noch kurz sagen wollte. Und das gerade hat mich echt schon... Ich hab mich erst mal komplett auf den ganzen Körper dieser Spinne abgesucht. Wenn euch allerdings dieser heutige Vlog hier gefallen hat, dann lass gerne mal ein Like da, Freunde. Kennt ihr Jodel überhaupt? Freut ihr euch über Jodel? Mögt ihr Jodel? Das ist nicht bezahlt und Werbung für Jodel, aber ich mag die Plattform. Aber sonst, ich sage, sehen wir uns übermorgen in einem neuen Video wieder. Tschöööö. Musik Musik Musik